Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe von Let's Play Tokada. Ja, und heute wieder mit meinem Bruder. Hallo. Ja, und wir werden mal schauen, was heute abgeht. Kann ich das, warte, ich nehme das Eisenradius. Wir werden die Blöcke rocken. So, ähm. Warte, ich habe ein Eisenschwert für dich. Tatsächlich. Ich habe Flieder für dich. Yeah, geil. Äh, so. Das haben wir jetzt auch, dann nehme ich das wieder raus. Hast du vielleicht noch Eisen? Eisen? Nee, habe ich nichts mehr. Okay, warte. Ich werde jetzt einfach mal da runtergraben, weil... Ja, okay, dann mach du das mal. Ich... Pass mal hier ein bisschen auf. Okay, kann uns eigentlich eh nichts machen, aber ja. Äh, schau du lieber mal, dass ober mir keine Zombies reinspringen. Das wäre nicht so, ähm... Okay, warte, Achtung. Von Vorteil. So, warte, Achtung. Hier, kommt wer ist. Oh. Ich habe schon gedacht. Was war das? Ein Brustpanzer. Ah, okay. Ich kann mal anziehen. Irgendwo, ich glaube... Oh mein Gott, du hast die Kohle mitgenommen, ne? Ist es bei dir oben? Ja, grab dich auch einfach runter, weil ich glaube, wir stoßen hier auf eine Höhle. Ja, ich brauche jetzt zuerst... Also irgendwo... Ich gehe noch mal kurz drauf schauen. Oder sind bei dir oben die Zombies? Ähm, die hörst du wahrscheinlich von ganz oben, es ist ja Nacht. Nee, das bezweifle ich, dass ich... Ah, hier ist eine Höhle. Ich bin noch mal kurz oben. Wieso? Jetzt sammle noch ein bisschen Holz. Ja, hatte ich vor und ich wollte nur kurz noch ein bisschen... Ich schaue mich hier mal um. Kohle sammeln, weil ich echt... Und mache hier auch ein bisschen Licht, weil sonst sehen die Zuschauer, glaube ich, nichts. Ähm, obwohl es bei mir eigentlich ziemlich hell ist. Okay, hier haben wir Eisen. Oh, 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 oh. Oh, spinnen, Leute. Also, wenn du Diamanten finden willst, ne, ähm, ich glaube... Oh, wir haben da einen Mopspawner. Oh, gut, nicht abhacken, dann können wir Ding, der heißt ein... Ja, ich setze kleine Fackel drauf. Ich glaube, das hilft bei der Vision gar nichts mehr. Glaub ich schon. Nee, ich glaube, das... Okay, wir haben... Ah, ja, ich muss... What the fuck? Dumme Spinne, ey. Okay, wir können auch einen Bogen machen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Okay. Die Pfeile dafür fehlen halt, ne? Ja, das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. In die Tüte! So, warte mal. So, hier sammle ich das Eisen ein und hier das... Das Kohlegestein. Das Kohle. Das Kohlegestein, habe ich gesagt. So. Bist du jetzt meine Deutschlehrerin oder wie? Na, Englisch. Sorry. Ich habe aber witzige Füße hoch, er kommt flach. Warte, den Ofen nehme ich gleich mal mit. Hast du eigentlich einen Texture Pack drin? Ja, ich habe das, ähm, wie heißt es? Chromahilz oder so im Bild. Achso, ja, 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 das kenn ich. Chromahilz. Ja, ähm, ich finde es eigentlich ziemlich gut. Okay, ja, ich farm da gerade ein bisschen. Aber ich glaube, täuscht die Höhle denn auch. Ich komme jetzt zu dir runter. Nee, ich habe das Gefühl, dass das eine größere Höhle ich hole. Ja, ich komme auch, warte. Oh mein Gott. Nee, nee, komm nicht. Ja, okay. Ich lasse dich sterben. Wie, du lässt mich sterben? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der Zombiespaoner? Äh, den müsstest du eigentlich sehen. Achso, ja, habe ihn gefunden, habe ihn gefunden. Und, hey, hier sind, wir haben, äh, Pferderüstung. Gold und Pferde. Die nehme ich. Okay. Nee, ich nehme Eier-Eisen und du nimmst die Gold und so. Aber wir brauchen noch Ding, wie heißt es, wir brauchen noch Sattel, dass du mit denen rumbruchst. Ja, ja. So weit sind wir noch nicht. Wir farmen jetzt hier ein bisschen. Auch wenn es für die Leute vielleicht, oh, oh, ein bisschen langweilig ist. Du Hund. Okay, ja, die Höhle ist, glaube ich, ziemlich groß und ziemlich verwirrend. Ja, ich bin in der nächsten Höhle drin, also in der, in der nächsten, seren, okay. Okay, ich habe einen Pfeil. Hier ist schon mal ziemlich viel Eisen. Ja, hier ist überall Eisen, okay. Ja, ich gehe da wieder mal rauf. So, so. Ja, ja, sexy. So, ich hacke hier das ganze Eisen mal ab und so. Weil dann können wir noch nach dieser Minentour im Prinzip, können wir auch schon an die Oberfläche gehen und uns ein bisschen ausstatten und ausbauen und ja. Und seine Familie gründen. Ja, ja. Ähm, so. Die Kohle, ich habe jetzt 36 Kohle. Okay, mal nachschauen. Wie machen wir denn das mit dem Hausbauen jetzt? Bauen wir das einfach auf eine gerade Fläche oder so? So cool in den Berg rein. Oh, Endermen. Zwei Endermens. Pass auf, Alter, die sind richtig stark. Also so schwach sind die jetzt nicht. Ich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, wenn sie nicht stark sind, sind sie auch nicht... Nee. Wenn sie nicht schwach sind, dann sind sie stark. Ja. Schon klar. Du möchtest mir nicht erklären, dass wenn sie stark sind, dass sie nicht schwach sind. Ja, okay. Was das heißt, ne? Ja, ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bist du tot? Fast. Wie viel Leben noch? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, da ist ein Zombie mit einem Eisenschwert. Okay, okay, okay. Okay, kriege ich... bekomme ich jetzt das? Nee, glaube ich habe nichts gekriegt. Manchmal bekommst du es aber, ähm... Manchmal nur mit Glück, aber es gibt auch eine Verzauberung auf dem Schwert. Ja, da bekommst du die Sachen immer. Ich bin... Plünderung, glaube ich. Da bekommst du auch mehr XP von denen. Okay. Aber ich bin mir... Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich... Wie viel XP hast du denn schon? Also ich bin... Hey, ich bin auf Lava-Höhe, ne? Ich hab fünf. Also ich bin auf Lava-Höhe, ne? Wir könnten Diamanten, wo ich bin, können wir Diamanten finden. Ja, mach mal. Ja, ich kann mal hier im Spur. Ähm, ich farm hier das ganze Zeug noch ab, weil Eisen ist auch ziemlich nützlich. Das können wir auch später ein bisschen verprasseln, indem wir einfach Spitzhacken und so Zeug machen. Weil ich hab nicht die ganze Bock hier mit Steinspitzhacken rumzurennen. Nein, das hätte ich auch nicht. Ähm, das mach ich hier mal. So, ähm. Und vor allem, wenn wir Diamanten finden, brauchen wir so so... Eisen. Spitz. Hacken. Ja. Okay, ich seh dich. Da unten bist du. Ja, ähm, ich werde hier unten jetzt mal ein bisschen Diamanten farmen. Halt versuchen zu farmen. Warte mal. So hier. Ich mach hier auch so ne kleine Base. Hast du Fackeln? Fackeln? Ja. Ähm, ja, ein bisschen. Ah, dann sind das deine Fackeln. Dann komm ich zu dir. Okay. Okay, wer lässt hier die Kohle stehen, Kevin? Fragezeichen. Ja. Tut mir leid. Okay, ich hoffe, hier strömt nicht gleich Lava raus oder so ein Schild. Aber Achtung, beim Runterkommen ist Lava. Beim Runterkommen ist definitiv Lava, ne? Du kannst hier außen rumlaufen, das weißt du. Das ist ein Weg. Ja, ich farm hier die Kohle. So. Hatte ich nicht gewusst. Also ich mach hier ein bisschen was drüber, dass man hier nicht in die Lava laufen kann. Okay, wo, wo, wo bist du denn lang? Ja, du siehst meinen Namen doch hier unten. Ja. Kannst dich auch durchgrabben. Okay. Spinne? Wo ist hier die Spinne? Spinne? Löwenzahn. Das Löwenzahn. Keine Ahnung. Da ist Whetstone, okay. Ja, ich weiß, das hab ich jetzt noch nicht abgehackt. Ja, wieso hast du den Stein nicht in die Lava gesetzt? Hä? Ja, weil wir die Lava vielleicht noch brauchen. Setz es drauf. Dann können wir nicht reinfallen, aber vielleicht... Ja, ich nehm einfach mal... Warte, warte, Mann! Ja, hier ist noch Lava. Was bist du für ein Dummkopf, ey? Was willst du machen und die mitnehmen, oder wie? Ja, ich hab jetzt mal einen Eimer voll. Weil dann können wir auch... Wir finden noch genug Lava. Ja, das schon. Äh, das brauch ich, das brauch ich nicht. Äh, mach ich das mal so, dann können wir das Zeug auch ein bisschen farmen. So, ich mach mir jetzt... Ich hab jetzt gleich ne volle Di... Ähm, Diarrüstung, ja. Cool wär's. Ähm... Okay, ich hoffe da unten ist jetzt kein Lava, okay. So, Redstone kann man auch... Oh, ich glaub da brauchen wir ne... Hallo. Ich hab ne volle Di... Äh, äh... Eis... Hast du ne Eisenspitzhacke für mich? Eisenspitzhacke, nee, aber warte, äh, ich mach schnell eine. Warte, warte, musst du nicht machen, ich mach eine. Ja, ich mach hier nur ein bisschen Platz. Warte, hier, sie liegt. Sie liegt? Hahaha. Sie liegt da. Steinspitzhacke? So, ich hab sie die gegeben. Wo? Du musstest sie... Ach, eingesammelt haben hier. Hier auch. Ähm... Was sollt ich jetzt machen? Geht schon besser. Achso, genau, ich wollte mir noch das Essen hier machen. Okay, ähm... Warte, ich will ja, Höhe sind wir denn? Das... Ich hab mal Gold. Oh, 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 oh. Diamanten? Oh. Pass auf, pass auf hier, geh nicht zu nahe an. Ich hol mir hier mal das Gold. Aber das ist ne gute Höhle, glaub ich. Okay, da ist Redstone. Also, nur so überall, wo Redstone ist, ist meistens, also öfters auch mal Ding. Ja, es ist auch so eigentlich, also ich hab's schon ziemlich oft so gefunden. Also hier ist Gold, Redstone. Ja, ich kann auch sagen, ja, oft sind bei Steinen Diamanten, ne? Ja, ist ja so. Oh, du bist überrascht. Oh man, ich sollte mir das Essen holen. Ja, und, mhm... Die Folge ist auch schon relativ lang und auch gleich vorbei. Bei wie vielen Minuten sind wir dann schon wieder? Äh... Wir sind jetzt bei... Warte kurz. Ich muss gleich auf meinen Timer schauen. Jo, kannst du schnell machen. Ich schaue schnell, dass sich kein Monster oder weiß das nicht was andere... Also, wir haben nur jetzt, ähm, gut drei Minuten. Ja, okay, das geht noch. So, ich hack hier das Redstone ein bisschen ab, weil, ähm, das kann man später gut gebrauchen. Ja, ja, für ne automatische Falle oder Farm oder weiß das nicht. Ja, einfach Schaltungen oder sonstiges, ne? Da kann man ja im Moment ja ziemlich geile Sachen mitbauen. Oder was heißt im Moment? Konnte man schon denken. Generell. Generell, ja, genau. Hast du genug Essen? Ach man, was tue ich? Ich hab genug Essen eigentlich, ja. Okay, warte, ich muss das mal... Okay, da oben ist ein Dings. Ein Dings, ja, genau. Komm her, komm her, komm her. Warte mal. So, hier. Ich schlau mal jedes ganz unnütze Zeug weg. Oh. So. Kommt das doch her. Ich geh mal nach dahinten. Achso, jetzt hab ich meinen Stein weggehauen. Äh. Weggemacht. Ich hab hier ne Kiste mal hingemacht, ne? Also, dass du so mal das wertvollste Zeug, was du im Moment hast, da hinlegen kannst. Ähm, da wo wir... Okay, hol dir das Zeug. Ich geh mal da... Ja, das Red Sohn hatte ich jetzt grad nicht... Ja, nimm's einfach schnell mit. Oder hast du keine... Ender mehr, ender mehr, ich hab ihn angeschaut, ich hab ihn angeschaut, glaub ich. Ja, mei. Hab ich vorher auch angeschaut, die tun eh nix. Was denkst du bloß? Manchmal können die ganz schön aggressiv werden. Ja, dann werd ich auch aggressiv. Aggressive. Also, ich hab jetzt schon, ähm, 49 Eisenherz. Ich kill den mal, ne? Nee, mach lieber nicht. Weil hier ist Lava und, ähm, wenn du dich da reinschubst... Ja, ja, ich bin schon dran, ihn zu killen. Oh! Creeper, Alter. Boah, hat sie mich jetzt grüßen, ey. Alter, ja, ich hab ne Enderperle. What the fuck. Ich hab ne Enderperle, jetzt können wir ne Enderperle jetzt machen. Okay, okay, okay. Boah, das war jetzt richtig heftig. Ja, und, äh, mir fällt gerade auf, wir müssen jetzt die Aufnahmen auch schon wieder beenden. Äh, ich sag habidere und ciao. Ciao.